GROUND & POUND TV Nach einer erfolgreichen Amateurkarriere Zuerst mal, das war ein Blitzsieg 23 Sekunden, glaube ich, waren es Wie fühlst du dich? Erster Pro-Kampf im Kasten Ich fühle mich eigentlich noch recht stark Ich bin echt überrascht gewesen, dass der Typ so Gas gegeben hat Ich hätte nicht gemeint, dass er so raus stimmt Am Anfang gleich und dass er mich umringen kann Aber ich habe gewusst gehabt, dass ich einen guten Rücken gegeben habe Und dass wenn er mit mir runter geht Dass ich ihn zermitte Das ist auch so passiert Er hat ja im Prinzip den Takedown gesucht Und du hast das relativ schnell Einen Armbar da raus geholt Und ja, nach 23 Sekunden war Schluss Ist das so ein bisschen deine Spezialtechnik? Oder hast du es auch darauf abgesehen, zu sagen Okay, wenn er mit mir runter geht, hole ich mir den Arm Weil dein Gym ist ja eigentlich schon eher so für den Standkampf bekannt Ja, aber ich komme früher, also ich trainiere in Rosenheim Und da haben wir einen Blaugurt als Trainer Und der ist super Und durch den habe ich das Boden-Game sehr stark verbessert Und eigentlich im Gym nennen sie mich alle einen Triangle-Flow Weil das eigentlich meine Spezialtechnik ist Aber da wird jetzt ein schöner Armbar geholt Und ich bin zufrieden damit Das kann es auch sein War auf jeden Fall ein beeindruckender Sieg Jetzt gab es da eine kleine Szene Das sieht man heutzutage immer öfter mal Dass es nach dem Touch-Claps am Anfang, nach dem Händeschütteln Direkt eine Aktion gibt vom Gegner Er hat da gleich, ich glaube, einen Spinning-Backkick reingefeuert Hat nicht getroffen, kam beim Publikum aber nicht besonders gut an Bei dir wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, ich war auch überrascht, dass er gleich Gas gibt Weil wir tasten uns langsam rein, so wie ich es gewohnt bin Und dass er gleich so Gas gibt, sage ich mal, war überraschend für mich Aber ich habe gewonnen, das ist die Hauptsache Ja, ich frage deshalb, weil es nachdem du gewonnen hast Noch eine kleine Szene von dir gab So ein bisschen der Tito Ortiz Gedenk-Move Du hast ihn hier symbolisch im Cage begraben War das sozusagen eine Antwort auf diesen Move, oder machst du das immer? Nein, ich mache es eigentlich nicht immer, aber ich schätze es war die Antwort dafür, ja Okay, war auf jeden Fall eine coole Sache Herzlichen Glückwunsch zum ersten Pro-Kampf gewonnen Ich denke mal ein vielversprechendes Talent hier aus Österreich Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft Dankeschön Okay, wir sind jetzt mal schnell Ja, ich sch warfarest die Zukunft Und ich bitte rüber Beispiel So, dass wir auf jeden Fall Und ich kann jemandem sc Khubert Und ich weiß, wir hören uns